Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable und heute zur nächsten Hauptstory. Und heute machen wir uns an eine Quest, die aktuell eigentlich gar nicht mehr so viel Sinn ergibt, denn wir machen uns an die Quest Folge dem Eichhörnchen. Diese Quest wurde eingefügt, um so ein bisschen früher uns mit den Soul Riders so ein bisschen zu connecten, macht jetzt aber aktuell gar nicht mehr so viel Sinn, da wir ja jetzt das Jorvik Reitlager haben und damit ja eigentlich die Soul Rider jetzt schon längst getroffen haben. Aber schauen wir mal, ob vielleicht diese Quest auch ein wenig verändert wurde. Oh oh, ist es das mysteriöse Eichhörnchen aus unserem Traum? Hä? Äh, was ist das? Ja, wir haben ja davon geträumt, von diesem mysteriösen blauen Eichhörnchen, was ja im Jorvik Reitlager schon aufgetaucht ist. Aber wir gucken mal, ob sich vielleicht ja jetzt hier die Soul Rider, die wir ja bevor das Reitlager war, in dieser abgedateten Questline hier das erste Mal getroffen haben. Aber wir können gespannt sein, ob sich dieses mysteriöse Eichhörnchen, als das Eichhörnchen aus unserem Traum entpuppt. Oh, das ist ganz schön schnell hier unterwegs. Ah, der Ronenstein! Und Alex ist auch da und ich hoffe, sie erinnert sich an uns. Hast du das gesehen, Tinkan? Der Stein hat plötzlich geleuchtet wie ein Midsommerfeuer. Äh, was? Äh, wir sind nicht alleine? Oh, ich hab dich gar nicht gesehen. Ich bin Alex Cloudmallow, das ist Tinkan. Ich wette, du bist, äh, den Sommer über auf Jorvik, um im Morlandstall und zum Reiten, richtig? Oh nein! Oh nein, die Quest hat sich nicht angepasst. Aber Alex, wir haben dich doch gerade schon kennengelernt im Reitlager. Diese Insel hat dir mehr zu bieten, als das, was in der Broschüre steht. Bist du bereit, die obwegs verborgene Seite zu entdecken? Hallo, willkommen, Alex, eigentlich zum zweiten Mal. Du fragst dich wahrscheinlich, warum dieser uralte Stein hier so glüht. Ich wünschte, ich hätte eine harmlose Erklärung dafür, warum die Runensteine so reagiert haben. Aber die Wahrheit ist, ich habe so etwas noch nie gesehen. Alex, Tinkan, habt ihr das auch gerade gespürt? Du denkst doch nicht, dass Dark Core... Oh, hey Linda, lass mich dir unsere neue Freundin vorstellen. Das ist Luna. Ich heiße Luna. Seltsam. Es wirkt, als würde der Runenstein auf die Anwesenheit von Luna reagieren. Könnte sie eine dieser Kandidaten sein, von denen Fripp gesprochen hat? Äh, 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 was ist ein Fripp? Äh, gute Frage. Äh, er ist eine Art, ja, wenn es dein Schicksal ist, ihn kennenzulernen, wirst du es selbst herausfinden. Ich wünschte, ich könnte noch bleiben und reden. Aber ich stehe ganz kurz vor einem Durchbruch bei meinen Nachforschungen zu. Ah, du weißt schon wem. Die Bibliothek ruft was? Ja, genau. Willst du nicht mitkommen, Alex? Die Bücher da beißen nicht. Oh, tun sie nicht? Äh, wie schade, beißende Bücher sind das Beste. Zeigt euch beißende Bücher! Äh, wenn ich so darüber nachdenke, ist es wohl doch besser, wenn du dich erstmal von der Bibliothek fernhältst. Was meinst du, Meteor, alter Freund? Sollen wir zum Silverglade Landgut reiten und unsere Mission beenden? Ah, haha, okay, wir können ja unterwegs ein paar Äpfel bei Mane halten. Bis bald, Alex. Schön, dich kennengelernt zu haben, Luna. Okay, wenn Linda es darauf anlegt, kann sie jedes Geheimnis lüften. Sie ist quasi ein Genie. Ein Genie mit besonderen Kräften und einem Pferd das volle Paket. Ich glaube, das Schicksal wollte, dass wir uns begegnen. Mission, erfolgreich Schicksal. Linda ist nicht die Einzige, die etwas Dringendes zu erledigen hat. Eine alte Rivalin von uns ist wieder aktiv. Tinkan und ich müssen das untersuchen. Mission, Rivalin, Kräfte? Äh, wer seid ihr zwei? Wir sind die eine Hälfte der Soul Rider. Wir sind eine Art Reitclub, nur dass es nicht unser Ziel ist, auf Wettbewerben möglichst viele Preisschleifen zu gewinnen. Wir arbeiten zusammen daran, Jorvik sicher zu halten. Äh, äh, ich würde aber helfen. Haha, Luna, ich weiß deinen Enthusiasmus zu schätzen. Aber das Sehenreiten ist keine Wohltätigkeitsarbeit, für die man sich einfach so meldet. Es geht um Schicksal und Rituale. Das Ganze ist kompliziert. Und das geht aber gefährlich. Du hast ja keine Vorstellung. Ein Soul Rider zu sein, ist viel zu viel Verantwortung und Gefahr für eine einzelne Person. Deshalb sind wir eine Schwesternschaft. Außerdem haben wir unsere Soul Pferde, die uns Kraft geben. Hör zu! Es ist sicherer für dich, wenn du einfach zum Morlandstall zurückkehrst und mit den anderen Mädchen das Reiten übst. Hilf den Bobcats beim Kuchenverkauf. Mach eine Freundschaftsarmband. Normales Zeug. Aber wenn du eine Reiterin bist, von denen Fripp gesprochen hat, werden wir uns bestimmt bald wiedersehen. Oh, Alex hier. Ich freue mich darauf, dass wir uns kennengelernt haben, Luna. Umsorge dein Pferd. Hilf deinen Nachbarn und hab Spaß. Und wenn mal nach Silberglatt kommst, sehen wir uns hoffentlich. Und damit endet diese kleine Quest. Komm schon, Tinker, das Abenteuer ruft uns. Diese kleine Prä-Quest, die wir, nämlich die schon vor einer ganzen Weile irgendwie eingefügt wurde. Diese Quest gab es nämlich da. Und nebenbei haben wir übrigens noch so eine kleine Katze gefunden, die wir ja auch noch irgendwie in Vorpinter finden können. Aber die Nebenquests muss man teilweise machen, da einige der Hauptstory-Quests so ein bisschen an ein Level gebunden sind. Aber euch zeige ich natürlich nur die komplette Main-Story. Also die Hauptquest von Star Stable Online. Also bisher war das jetzt so, wir haben die Soul Rider ein zweites Mal kennengelernt. Und ich hoffe ja, dass diese Quest dann hier nochmal irgendwie ein bisschen angepasst wird. Denn ist natürlich so ein bisschen böse, wenn wir die Soul Rider irgendwie zweimal kennenlernen. Aber das hier war die neueste Quest nach dem Reitlager, die auch reingekommen ist, die den Startbereich so ein wenig verändert hat. Und wir sehen ja auch jetzt hier, dass wir ja noch in einige Bereiche gar nicht gehen können. Aber auch hier dann eben nämlich dann die Brücke schon aufbauen können. Aber das erleben wir dann bei einem nächsten Mal. Denn eine Hauptquest haben wir sowieso noch offen. Nämlich, was geht bei den Bobcats los? Denn Herr Kempel hat nämlich eine Nachricht für die gute Ten. Seid gespannt, da geht es beim nächsten Mal weiter. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Und wie findet ihr eigentlich, dass wir irgendwie die Soul Rider ein zweites Mal kennenlernen? Hofft ihr auch, dass vielleicht diese Quest, die wir gerade erlebt haben, irgendwie ja noch ein wenig angepasst wird? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao und einen schönen Start euch in die neue Woche. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017